Archie wird sich aufgrund seines entspannten Lebensstils in Kalifornien sehr von seinen königlichen Cousins unterscheiden. Die Royal-Expertin Marlene König sagte voraus, dass Archies Erziehung ganz anders sein wird als seine Cousins. Während eines Interviews mit scherzte sie, dass Archie zu einem Surfer heranwachsen könnte, der in Kalifornien lebt. Sie fügte hinzu, dass Meghan Markler und Prinz Harry trotz einer potenziell entspannten Erziehung sicherstellen werden, dass er über die Geschichte seiner Familie Bescheid weiß. Sie bemerkte, dass Archie etwas über die Verantwortlichkeiten seiner Cousins erfahren wird, die in Großbritannien königliche Pflichten haben werden. Frau König sagte, sie werden ihn nicht so kleiden sehen wie die britischen Royals. Wenn er Shorts trägt, dann weil es heiß ist. Er wird in Privatschulen aufwachsen, aber Meghan und Harry werden sich wahrscheinlich um Diversity Education bemühen. Er wird ganz anders aufwachsen. Ich bin sicher, dass Archie mit dem Wissen aufwachsen wird, wer sein Großvater ist und all diese Dinge. Frau König scherzte über die überraschenden Unterschiede, die Archie im Vergleich zum Rest der königlichen Familie haben könnte. Sie fuhr fort, er wird in Kalifornien aufwachsen, ein wirklich entspannter Lebensstil. Ich scherzte, dass er sogar ein Surfer sein könnte. Aber ich denke auch, dass er mit der gleichen Idee aufwachsen wird, dass seine königlichen Cousins Dienste haben, dass sie Dinge tun werden, um anderen zu helfen, aber auf unterschiedliche Weise. Frau König dachte auch über die Möglichkeit nach, dass Archie im Rampenlicht aufwachsen könnte. Sie sagte, er könne aufgrund des Rufs seiner Eltern in amerikanischen Promikreisen aufwachsen. Frau König sagte, also werden Archie und seine Schwester viel mehr leben, ich möchte das Wort nicht normal verwenden, sie werden das Leben sehr wohlhabender Eltern führen. Sie werden in Kreisen aufwachsen, zu denen auch Prominente gehören. Ich erwarte, dass Archie und seiner Schwester beigebracht wird, wie wichtig es ist, anderen zu helfen, wer weiß, dass Archie am Ende mit Invictus die Nachfolge seines Vaters übernehmen oder andere Dinge tun könnte. Sie werden ganz anders sein, ein weniger formelles Leben.